Ja, bei mir jetzt, machen wir gut. Ja, 8 zu 0 heute gegen die Tabelle 2. Der TSG gibt einen Glückwunsch. Ja, eine wahnsinnige Saison, mündet jetzt den Meistertitel. Was hat den Ausschlag gegeben hier für diese super Spielzeit, die aber nicht abgeschlossen ist? Die ist eigentlich abgeschlossen. Wie gesagt, wir sind jetzt durch, aber eine Hammerleistung. Wie gesagt, wir sind ein Team, eine ganz starke Mannschaft, eine ganz starke Truppe diese Saison. Ich hoffe, dass alle dabei bleiben für nächste Saison, dass wir auch nochmal was reisen können und vielleicht oben auch alle helfen können. Und welchen Anteil hat Kulttrainer Jupp Karthäuser hier am Erfolg? Einen ganz großen, einen ganz großen. Wie gesagt, der hält immer die Truppe beieinander. Das ist ein Hammer-Trainer. Ja, und heute, dass es so glatt läuft, hätte man sich nicht erfreuen können. Das hätte man nicht gedacht. Wir hätten uns ein bisschen schwer vorgestellt, aber Gott sei Dank. Und jetzt wird gefeiert bis zum Abwinken? Jetzt wird gefeiert. Ne, leider nicht. Aber trotzdem gefeiert bis zum Abwinken.